hallo zusammen in diesem video zeige ich euch die quest javots mission anzunehmen in walshava bei den koordinaten 52 59 und ich muss mit ihm quatschen erscheinen ich bin bereits zum aufbruch mit sehr schön ich weiß jetzt allerdings nicht was mich erwartet größt mache ich zum ersten mal der bringt uns anscheinend wohin das mausoleum des hauses okay wie ich befürchtet hatte und hier ist auch die west abzugeben das mausoleum des hauses haben krone in walshava bei den koordinaten 41 53 wir sind hier halt im mausoleum und nicht mehr an der oberfläche hoffe ich konnte jemandem helfen tschüss